Einer von den Antispionen hat die Position einer fantastisch unverbesetzten jeneriten Splitter-Raffinerie gemeldet. Nova, wir haben einen Job für dich. Oh, oh, komm ich in einen Roboteranzug? Ja, please. Roboteranzug, please. Nein, wir laden dich in ein Netzwerk hoch, dass du hacken wirst. Ist vielleicht auch lustig. Vielleicht. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Wieder mit einem Start ist das Zweikampfsofa. Ja, juhu. Okay. Ja. Ja, ich hab das mal nicht einsehen. Ich könnte ja mal den Scharfschützen nehmen. Du kannst nehmen, wen du willst. Ich nehme meine Heilerin, weil irgendeiner muss euch beide ja heilen. Ich lieg so immer hin. Du könntest auch Baldur nehmen, den kleinen Zwerg mit der Axt. Nee, ich bin kein Nahkämpfer. Du bist kein Nahkämpfer. Ich bin Orendi. Wie immer Orendi. Wie immer Orendi. Heute im Blau. So, ich zeig euch wieder meine kalte Schulter. Ach so, ich hab jetzt goldene Klamotten. Oh, nee, ist das Gold? Nee. Doch, das sind die goldenen Klamotten, ja. Echt? Ja. Was ist denn jetzt besser? Lidl, das, das, das. Bushido, Ehre und Ruhm. Genau. Meine Wasserfontäne, meine Wasserpfütze und mein Wasserdrache. Yeah. Warten wir auf irgendwas? Ja, auf drei Sekunden. Ach so. Zwo, null, peng. Jetzt kommt diese Intro-Sequenz, die immer kommt und keiner weiß warum, weil das Spiel da lädt und macht und tut. Macht er das wirklich? Richtig. Ja, wahrscheinlich. Wir hoffen es. Wir wissen es nicht. Das hat ja keiner gewusst. Rath, Hüter der Klingel. Die sagt die was, die lacht immer noch hysterisch. Du bist durchgeknallt. Du hast mir ziemlich viel Schuppen auf den Schultern. Das sind Wasser und ich habe auch Schwimmen heute zwischen den Fingern. Fingern. Von da aus können wir den Ablenk einrichten und die Party starten. Ja, Nova. Nicht runterfallen. Ich habe mich schon mal hingekriegt. Und ich weihe mich für dich. So. So. Ey, geh weg. Lies Ellen drauf. Ja, böse. Böse. Der böse Porsche. Auf dem Boden mit dem Porsche. Standst du wieder mehr im Weg? Ja. Wenn das Imperium nicht bereits weiß, dass wir hier sind, merken Sie es spätestens, wenn Nova sich im Netzwerk bewegt. Sie ist in diesem Terminal gespeichert. Geht es kaputt? Wartokke bist du schnell. Das ist geil, ne? Unlauglich. Danke, dass Sie mich kurz vor der Mission an meine Stärklichkeit erinnern, Captain. Das meine ich ernst. Und wieder Gemetzel. Auf Netze. Ich habe noch kein Zornetzel mehr. Ach, da. Freunde der Nacht. Wieso habe ich keine Kristalle? Hm. Böse. Da die Kristalle. Da auch. Ähm. Ey, haust du mich nochmal, dann haue ich zurück. So Probleme hängen? Nein. Wollt, wo ich raus mache, Heidelberg. Ach. Ja, nicht so wie du. Ich habe noch lange durch hier. Ja. Ja, du warst eben schon da, Onkel, bist nur weggelaufen. Ich mache mal Geschütze ein, hier. Heil dich mal. Nova, bist du bereit? 15 Sekunden. Oh, wieder verteidigen. Upload wird eingeleitet. Verdammt, da kommen Feinde. Verteidig das Terminal. Verlieren wir die Verbindung, verlieren wir Nova. Versteck mich hier in der Tür. Ist das okay? Nein. Schade. Wie abwechslungsreich. Was? Wieder verteidigen meinst du? Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Genau. Die Missionsdesigners sind aber echt clevere Branchen. Kreativ, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Ja, ganz ehrlich, man muss schon unterscheiden. Es gibt da Missionen, da musst du was verteidigen. Und dann wiederum gibt es Missionen, da verteidigt man. Ach, stimmt. Wo, dass wir nicht verteidigen müssen. Das war doch ein ganz böser Level, oder? Kannst du dich noch erinnern, wo wir es letztes Mal verteidigt haben? Damals, wie du. Ja, aber also muss man ja schon unterscheiden. Es gibt ja verteidigen und dann gibt es ja die Kunst des Verteidigens. Und dann gibt es verteidigen. Genau. Na, also gut, dass wir auch nicht verteidigen. Nee, nee, also wenn das eine Verteidigungsmission wäre, das wäre ja nicht. Voll doof. Meine Fresse, ey. Jetzt eine Verteidigungsmission. Was, jetzt noch? Also, jetzt ist es auch so, jetzt war es eine Verteidigungsmission. Jetzt hockt einer hinter der Tür. Gesehen? Ja. Verteidigt das Terminal. Blöder Sack. Apropos, wir sollen verteidigen. Oh, fuck, echt? Nein. Hast du, hast du echt Verteidigungsmission? Hast du gerade Verteidigen gesagt? Nee. Oh, nee. Nee, also hätte ich das vorher gewusst. Da hat das, da muss ich... Kannst du das vorher erzählen, ey, Mann? Ja, echt, das hätte ich vorher müssen müssen. Ja, tut mir leid. Das... Ich kann nichts dafür. Oh, ein Dicker ist in der Mitte gesprungen. Der ist ja auch gut drauf hier, ey. In der Mitte gesprungen? Ja, der ist einfach stumpf... Ja, weggespült. Du hast ja weggespült. Ja, Gott sei Dank. Aber hätte ja auch anders kommen können. Du hast die Klospülung betätigt. Oh, ich brauche Helds. Helds. Hä? Wo kommst du denn? Ja, schon wieder einer. Die springen in die Mitte einfach rein. Ja, die kommen von oben. Ja, die kommen von oben untergesprungen. So, ich habe meine explosive Welle wieder, Leute. Ich bin equipped. Ich bin gerüstet. Es geht los. Jetzt geht's ab. Er hat die explosive Welle. So, der ist noch zu, ne? Siehst du, dies knorlzt hier weg, gell? Nee. Na oben. Dann geht er hier. Mal was. Ist alles nass irgendwie. Ja, das ist... Einer musste den Feudel nur rausnehmen. Ich bin nur für den Wassereimer zuständig. Guck mal, äh... Du, Snorks, musst deine Charakteren eigentlich nachladen. Nee. Ich habe nur so einen Dreierschuss immer. Also so ein, zwei und dann so einen Doppelschuss. Drei. Den macht er andauernd. Da brauche ich nur den Trigger halten, und das macht sie andauernd. Okay. Das ist ganz bequem, finde ich. Muss ich nicht immer den Button smashen hier. Bequem, okay. Das Nachwärmsteht. Das sieht bestimmt bei der Figur geil aus. Die nimmt da so eine Mineralwasserflasche und trinkt die. Ja, ha, ha, ha. Sehr gut. Sehr geil. Sehr, wie enttäuscht. So, war was. Mineralwasserflasche. Das ist gut. Ja, ich hatte ja mal diesen ganzen ausprobiert. Das muss ich mal nachladen. Ein paar... Achtschuss schießen, das ziemlich schnell geht und... Ja, womit aber auch das ganze Ausrüstung für Nachladen schneller machen oder so, komplett... Drauf geht, ja. Komplett überholt. Das brauche ich nicht. Ich finde den Schaden, das haben wir auch nicht so prickeln hoch. Oder so. Äh, okay. Ich bin dann... Mal umgeskillt. Wow. Das Tor ist auf. Was denn? Ich habe gerade... den Gegner in die Luft geschneidert und ich hörte nur den Augen und wir sind... Du wirst sofort was passiert machen. Ich bin mit meinem Special-Old-Drund-durchgesprungen. Der Dicke... Ops ist da. Äh? Der Kampf ist eine Kunst. Ich bin der Künstler. Da liegt sie wieder, ja? Alter. Alter. Komm, jetzt nochmal... Bekochen. Ach, er hat das auch nicht anders gemacht jetzt, ne? Was ist ja... Und das riecht komisch. Ich vermisse mein Zeug und meine Freunde trotzdem. Wahnsinn. Nichts der Halt, Raffineriekern. Da löst Bitter die Schmerzen aus. Der Raffen fehlt noch. Onkel, wir fahren mal ohne dich. Äh. Äh. Wie sind wir? Sauber. Jetzt wird es lecker, jetzt gehen wir an den Raffineriekern. Wieso? Schmeckt der gut oder was? Oder wie? Bestimmt. Das ist so geil, die Welle. Der Kern der Amiweskraft. Ah, sie hat mich runtergeworfen, Micha. Geil. Nein. Jetzt haben wir zwei Tote da oben. Moment, Moment. Moment. Vielleicht liegen wir wieder oben. Ja. Wer halt nicht. Komm, komm, komm. Ja, Moment. Sei mal nicht so... Guten Tag. Wer hat fast hier runtergefallen. Danke. Heilung, Heilung. Du bist so. Bleib stehen. Bleib stehen, wenn du Heilung haben willst. Das ist was dickes. Ich lebe mich auch so, Mann. Danke. Das ist doch mal extra gewesen. Das bin ich gar nicht. Es gibt super Siegelräume. Geilen Räume. Puh. 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 Das sind meine Lieblingskommentare. Puh. 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 Ist das hier eine Gruppe beim Chinesen? Hättet ihr gerne mal einmal Puh und die Frühlingsräume? Beim Chinesen kenne ich mal R17. Du kannst mich nicht Buch-Chinesisch essen und bestellen. Ja. Geht aber. 17. Ein bisschen von ab 72 oder so. Da hast du aber einen Bruce Lee-Film, wo er irgendwie... Das ich lesen konnte und einfach so stumpf an was bestellt hatte? Nee. Wer Bruce Lee konnte Chinesisch nicht lesen? Bruce Lee konnte kein Französisch, glaube ich. Ach so. Oder was Italienisch? Ich weiß nicht mehr. Könnt ihr unten in die Kommentare mal reinschreiben, welcher Film das war? Ich lasse mich nicht mehr, wie er hieß. Ey, noch mehr von den Tollzeugen hier? Was soll das denn? Die Leute kennen doch nur die Todeskalle, oder? Was ist das mit Chuck Norris? Chuck Norris hat nicht gewonnen. Da waren wir eben bei Bruce Lee und jetzt bist du bei Chuck Norris. Ja, der Endgänger. Der hat doch da mitgespielt. Der Endgänger war Chuck Norris, ja. Der Boss. Der zweite Boss. Der zweite Boss. Chuck Norris war der böse, das muss ja noch zu seinen Anfängen gewesen sein. Der hat auch richtig starke Sprustbarung gehabt dabei. Das war super krass. Ich finde Chuck Norris sowieso nicht gut. Ja, vorsichtig, was du sagst. Das könnte vielleicht zu bösen Kommentaren kommen. Chuck Norris ist ein super Held, oder? Chuck Norris. Ich glaube eher, dass diese ganzen Witze mit Chuck Norris deswegen da sind, weil viele so halten, wird sich davon halten. Was man ihm zugute halten muss, er war ja wirklich irgendwie Karate ziemlich weit oben in der Liga, während andere ja nur Schauspieler sind. Was machen wir beim Tor, wir müssen die Dinger aufmachen hier. Links oder rechts? Man, die geht mir erst mal platt. Die hier? So, und jetzt gehen wir da hin und machen links und rechts die Dinger weg. Oh, ich brauch mal den Dings gar nicht rausholen hier. Mann, ist auch vorbei gefallert. Scheiße, ey. Da kommt wieder das Aufbauen, guck mal nur, ey. Ich glaub, es nicht. Äh, wie kommt man da rüber? Mit der Sprungplatte. Wo ist denn die? Ach, da. Die hab ich gerade gesucht. Na komm, mach den Rest weg. Ich finde es! Ich will dir nur helfen, ist das falsch? Nein, alles gut, alles gut. Ah, herrlich. Hui! Ja, wir sind auf dem Weg. Ja. Und da entsteht natürlich wieder... Endboss-Feeling. Ich wurde nicht mal unkonzentriert. War was? Ich sehe nur noch gerumpelt. Das ist unglaublich. So, alle Küsse an die weg. Wunderbar. Äh, hier runter, ne? Ich kann da rüberspringen. Jaja, klar. Wenn du nicht verbockst, wie ich gerade fast. Ich hab's verbockt. Schnell. Nein, echt? Nein, passiert aber... Nein, es ist tot, nein. Passiert nix, nö. Brennt ein bisschen noch. Brennt ein bisschen. Brennt ein bisschen. Zwischen den Beinen brennt. Brennt ein bisschen zwischen den Beinen. Meisterschaft! Hallo! Brennt zwischen den Beinen, hast du gerade gesagt? Ja, ja. Der legt noch. Hallo? Ja, nein. Wie ist du, Dreck-Sack-Gesicht? Geh'n weg. Jetzt hab' ich mal den coolen Nahkampfangriff gemacht. Tchuuu! Mit beiden Händen. Tchuuu! Schafft das was? Äh, nein. Ähm. Toll. Nein. Und nun? Äh, lass uns mal Turrets bauen, wenn wir was haben hier. Ja, wir sollten erstmal zuerst was aktivieren, die Turrets aufbauen, das stimmt. Ich gebe dir... Also, meins war ne Drohne. War gar kein Turret. Eine Drohne, ne? Ach, ich bin auch irgendwie ein bisschen... Oft... Fünft mir... Äh... Lebensraum. Ich weiß, ob man nicht... Ich brauch halt den mal... So, ein Turret hab' ich gebaut. Ein Turret? Ich bau' noch eins. Ich dachte... Okay. Wir können make it on. Ich mach' die rechte Seite. Universelle Krankenversorgung ist in einem winzigen Universum kein Problem. Ja, ja, ja. Fünf, zehn Sekunden. Nova, bist du bereit? Zugriff bereit auf ihren Befehl. Fang an. Wir behalten dich da draußen im Auge. Warum in meinem Auge? Ist doch weh. Ich will mal ins Auge, ja. So, und nun? Gegner. Oh, bei dir. Ich erinnere mich übrigens daran, dass es ziemlich übel ist. Oh, ich seh' ja nicht mal einen. Ach, da drüben irgendwo. Ja, auf der rechten oder linken Seite. Und... Ja, ich hab' hier richtig. Ja, ja. Der Onkel macht das schon. Ja, ich mach die irgendwie auch alle weg. Oh, ich hab' in der Mitte auch Spaß hier gerade. Wir haben ja zu dritt hier, so, ne? Was haben wir? Zu dritt Spaß, weißt du? So einen flotten Dreier nennt sich das. Wir haben ja Mitte, links, rechts, ne? Mitte, links, rechts. Genau. Also beim flotten Dreier ist das sozusagen Mitte, links, rechts. Mitte, links, ja, genau. Einer den einen und den anderen den anderen und du weißt schon. Nee, im Moment grad nicht, aber... Ach, mach nichts. Muss ich jetzt einen Dreier erklären, oder was? Ja, so Mitte, rechts, links, das hab' ich noch nicht verstanden. Kannst du mal eine kleine Zeichnung machen? Ich mach' dir mal eine Zeichnung, ja. Da gab's doch von Overwatch diese kleinen Superpornos. Hast du das mitbekommen? Die haben von Overwatch Charakteren Pornos gemacht. Und? Also so Anime... Waren die gut? ...hat ein Teil... ...Pornos. Das ist mal ne richtige Zeichnung, so. So, rechts ist frei. Habt ihr's noch nicht fertig. Also. Ich hab' ja keine Gegner ab, die sind irgendwie alle so luffig. Da kommen noch mehr, Achtung, Nova! Komm' mal mehr. Schilddurchdrehung oder Abklingzeit? Warte, hier folgt was hier, was... ...flugteil... ...euch beiden folgt was, oder was? Ja, zwei Roboter aktiviert hier. Meine Güte. Ja, er konnte nicht anders. Er brauchte es. So. Ich bin rechts. Oh, ich stehe rechts. Ach, Mann! Ich stehe rechts. Ich stehe rechts. Entschuldigung. Was haut mich hier? Lalalala, Gegner? Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Nein, nein, was ist denn los mit euch? Das wird doch mal auch mal ein paar Gegner. So, wir machen doch gar nichts. Ich mach' immer meine Tourette kaputt hier, meine Tourette. Oh, Aua, böses Vieh von Achtern. Aua, Aua, Aua. Oh, schon weg. Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Ich komme mal an, da fallen die Gegner um. Das ist deine Aura, die ist so stark, dass die Gegner es einfach nicht aushalten. Mein Gott, du hast es ja voll drauf, ey. Du brauchst nicht hinzugehen, fallen sich um. Ja, läuft doch, oder? Läuft doch, wie? Oder ein Wende, also, bis auf das mit dem flotten Dreier rechts, mittel, links, hab ich immer noch nicht verstanden, das läuft's doch. Ja. In der ruhigen Minute zeig' ich dir das mal. Ich wollte grad sagen, wie soll ich hier in meinem Leben einen flotten Dreier machen, wenn ich das mit rechts, mittel, links nicht verstanden habe. Das ist auch wieder die Betrachtung des Blickwinkels, äh, außen Blickwinkel, ne? Von hinterher, von vorne, oder was? Ja, vor allem ist die Frage, möchte man lieber rechts, Mitte oder links sein? Jetzt reicht's. Was denn? Wieso? Das ist doch die einzige Frage dabei. Du hast was in der Mitte stehen hier? Du hast was in der Mitte stehen? Ich hab was in der Mitte stehen. Ich sterbe grad langsam. Warum? Weil ich hier reingefallen bin und komm nochmal raus. Doch, da kommst du, da ist dein Sprungpads unten. Ja, ich seh's auch gerade, ich seh's auch gerade. Ich bin auch drin, ich bin auch drin gefallen, weil das Ding mich da reingeworfen hat. Ich komm nur nicht weg. Und die Sprungpads funktionieren richtig super. Es hüft mich. Es hüft mich. Quatsch. Es hüft mich. Es hüft mich. Oh, Alter, jetzt geht's hier aber saures hier. Hey, 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 die weg. Es war langsam. Ha, level up, ich hab's. Das ist schön. Wax, 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 wax. Das ist gut. Liebrige Hände. Und level up. Sprungpads. Nova hat nicht wirklich auf die Gelegenheit, das Schiff zu verlassen, oder? Seitdem wir zusammenarbeiten, war Nova noch nie außerhalb des Schiffs, wenn ich so darüber nachdenke. Wir haben niemals Spaß. Aber das hier, das ist super. Sie ist recht gut drauf, oder? Jo. Du, hier kann man ein bisschen scheiße bauen, glaube ich. Und zwar ganz weit. Scheiße bauen. Scheiße bauen. Das ist ja nicht gelaufen. Oh. Ein Kackhaufen. Ja, ich muss das gar nicht bauen. Das kommt so ganz automatisch irgendwie raus, wenn andere Leute Scheiße bauen müssen. Ich meine... Ach, nee. Toll. Das ist gut für dich aufgemacht. Ja. Ah, Hilfe. Äh, warum hast du denn das? Nee. Ich hab dir aber da was hingegeben. Oh Gott, geht's sehr gut. Ich bin auf dem anderen Krieg, sonst will ich da rüberkommen. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Du hast ein Zwerg. Du hast ein Zwerg, genau. Andere haben einen Hulk. Ich hab einen Ruff. Manche haben auch einen Schalk. So, ich stell mich auf den Schalter. Ein Schalk. Das ist ein Schalk. Das ist ja was übrig. Ich heil den ein. Man kann nämlich auch die nur selektiv rausnehmen. Könnte man nicht mehr nehmen. Echt? Nicht lange halten, sondern einfach nur selektiv halten. Ihr seid beides so... Naja, ich sag dir jetzt nichts. Klebrige Hände. Ich sag's dir. Ich krieg nie was ab. Ich brauch gar keine Drohnen mehr aufmachen. Nein, brauchst du auch nicht. Nein, nein, nein. Das lass uns einfach alles für uns hier. Das ist okay. So. So, ich bin Stufe 9. Wo seid ihr? Oh, das ist doch jetzt nicht ernst. 9. Okay. Nein. Gut. Das brauchen wir noch gleich. Oh, cool. Oh, cool. Vielleicht, sei ich gesagt. Vorsichtig, hier kann man gut runterfallen. Wir sind hier fast fertig. Bin fast fertig. Autsch. Autsch. So einfach ist das. Wo war was? Das ist gerade noch nicht aufgefallen. Die haben sich aufgelöst. Da kommen Verzocken. Könnte daran liegen, dass meine hochspritzende Wassersäule jetzt noch mehr Schaden macht. Deine Hochspritzsäule? Meine Hochspritzsäule, weißt du? Ich hab langsam das Gefühl. Ich weiß, warum du die Figur genommen hast mit dem Wasser. Die kann so gut spritzen, weißt du? Ich mag spritzen, das stimmt, ja. Mal schön Wasser abspritzen. Ich hab was da gesagt. Das ist ja gefundenes Fressen für euch, die Figur. Ompel, du hast zwei Kugeln liegen lassen. Unvorstellbar. Ich könnte die nicht einsammeln. Ach so, ja, das erklärt's natürlich. Du warst schon voll, ja. Super. So, geh mal hier rein, oder? Turrets bauen, falls ihr könnt. Ja, noch nicht, oder? Äh, wann denn sonst? Da ist ja die Typen wegbringen hier. Huh, der hier zum Beispiel. Also die Typen sind schon gut mit Turrets wegzukriegen, wenn man welche aufbaut. Ah, ah, heiler, medic. Wo bist du? Oh, Scheidensalat. Oh, mittendrin. Ich komm da nicht hin, ich komm nicht zu dir, ich komm nicht zu dir. Hast du es gewollt? Hab dich. Oh, ich bin wie der Kugel. Ich nagel mich auch gar gut fest, die Jungs. Ich hab Nagels gesagt. Der will auf die, der will zählen. Ach, Mann. So, jetzt ist irgendwo nur ein Typ, ne? Wo ist denn der? Ja, und? Ein kleiner sogar. Ein kleiner Typ. Kleiner als dein Charakter kann man gar nicht sein. Ungefallen. Hast du gesehen? Doch, ich glaub, es gibt hier noch einen Pinguin. Ein Pinguin? Ja, aber der schickt aber eine riesengroße Rüstung drin. Also das ist so ein Gefahr, wie es uns bauen. Ich hab irgendwie noch gelbe Schädel, ja. Aber ich habe keine einzige Splitter mehr. Das ist ja kacke. Worauf schießt der denn da oben? Da sind die Totenschädel. Das sind wohl Gegners, was? Nee. Nee, ist er weg. Ja, hab ich hier gemacht. Ich habe keine Splitter. Kann nichts bauen. Trotzdem machen wir es jetzt an. Wir machen sie platt. Das ist dein Moment, Nova. Leite den Zugriff ein und lade den Wurmklasse hoch. Ich hätte nur noch eine Pause machen können. Alter Onkel, wie viel Splitter hast du? Äh, 3602. Bitte? Ich hab 100. Alter, ich hab 20. So, leg nur den Fuß, geht's. Auf geht's. Warum, siehst du das bei mir aus? Ja. Nee, deswegen habe ich dich ja gefragt. Weil ich sehe nur, dass du ein anderes Baust. Das habe ich gesehen. Wir müssen das Ding beschützen. Wir müssen also nicht zu weit weg, auch wenn Gegner woanders sind. Ihr müsst immer in der Nähe von diesem Ding bleiben. Und da schießen Leute auch von weiter weg auf dieses blöde Teil hier. Lass mich raten, warum wir verteidigen müssen? Ja, komm, 6, 7. Ja, ein bisschen Abwechslung muss ja schon sein. Deswegen, jetzt verteidigen wir wieder mal. Naja, dann ist ja okay. Endlich mal die verteidigen. Ich möchte nur diese anderen Missionen so ein Dorf, ne? Aber das verteidigen ist ja cool. Der schießt ja. Das ist nicht schön. So, bitteschön. Oh, ach da. Ja, Gott sei Dank. Ich habe auch eine böse Gegner. Ja, da ist so ein fernen Schütze, ja so ein blöder Sack. Alter, was ist denn hier los? Da, in der Mitte läuft einer hoch. Oh, 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 oh. Ja, eigentlich hätte er jetzt umfallen müssen, aber er hätte nicht gemacht hier. Okay? Nee, den meine ich da. Ja, da steht sie auch gerade drauf. Okay. Das Wasser hat es gerichtet. Weck gespült. Die Klospülung. Jetzt weiß ich, was du bist. Du bist die Putzfrau hier. Ich putze sie alle weg. Ja, die Klofrau bist du hier. Der Wasserspüler. Klofrau, Melissengeist. Klofrau, Melissengeist, das ist auch anders, glaube ich. Ja. Oh, oh, die Kerne hat schon was abgekriegt, Leute. Ja, das hat schon was abgekriegt, ja. Ich arbeite da dran. Ich kann ja nicht hier drüber sprechen. Geil, ich habe den dicken Mops nie runtergeworfen in die Soße da unten. Tut dem das was? Nee, der schüttt wieder hoch, ich freue. Nee, der kommt wieder. Der kommt wieder. Da oben ist auch ein dicker. Alter, da ganz da oben. Sackgesicht. 13 Sekunden, Leute. Mhm. Ein Sackgesicht. Oh, die Tore jetzt wieder. Aua. Ich habe mein Kabel verhindert. Warum machst du das? Zwischen meinem riesigen Gemächt. Okay, das war aber auch ein bisschen spät. Pause, überlegt und dann. Sehr geil. Ich fand das gar nicht witzig. Ja, ist klar. Wenn man Größenvergleich immer schlecht abschneidet, dann fände man das noch nicht witzig. Ja, man leidet dann so ein bisschen. was geht hier ab in der mitte können wir ein bisschen mithelfen gehen ja und danke was meine schild ist dauernd groß ist im mithelfen los und beide kaputt das stimmt doch gar nicht irgendwas ballert hier vorne steht auch noch einer da unten ist aber einer meine fresse ich bin auch vom tor und stehen wie auch hier leute um das gefühlt was die blitzvolle ruhe die blitzvolle angreifen das machen sie auch ganz gerne ganz gut dass die rennen vor mir weg was ist das für eine kacke hier zu öfter wieder hoch gerade nur im kreis der kette ja jetzt schon auf dem drittel runter hier ja das ist ach weil daneben einer steht deswegen zwei stehen unsichtbarer und kawatsch naja die mit der heute ist gleich kann zweck das blöde ding ja ich sehe ich nicht richtig richtig auch ja 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 das ist aber noch nicht vorbei die es ist ein händler das neue und die andere seite du bist abgeschlossen und noch eine scheiße das wird nichts das gefühl hat gesagt 50 prozent nur upload das schaffen wir nie guck mal an wie weit wir das ding hier und da ist ja das daneben genau ich sehe also spielt sich auch gerade hochkonzentriert und das ist der hammer gerade was hier abgeht das sind ja massen die kleinen die großen die mittleren alle durcheinander irgendwie müssen wir das doch noch reisen hier das gibt es nicht dass wir jetzt zu sterben wir wir haben gleich nichts mehr zum reißen hier da ist noch eine ganz winzig viel ziel von zitronen ja bei dem dinge ich bin doch die ganze zeit in der umgebung von dem teil also ich bin nicht schon als lockvogel an dass die mich angreifen können und alles mögliche aber es ist ja auch für die zuschauer das war so sieht mission gescheitert aus ganz im innen da kann auch ein endboss nachher noch wir haben auch kein endboss gesehen also kommt man ja tut mir leid ja passiert genau da würde ich sagen bis zum nächsten mal naja ok was sagen gute tendenz noch mal was für ein ding gute tendenz gute tendenz tendenz der ganze zeit zweimal gestorben mein gott ja du weißt aber dieses er bemühte sich redlich hilft da nicht oder passiert dafür sind was mit dir kam und diesmal hat er es möglich überholt was ja ich habe doch gesagt ich habe keine gegner gefunden jedes mal hingerannt ich muss ja übelst lange wege laufen aber ihr habt die alle schon beschossen und da sind die vor mir umgefallen voll fies von uns das ist voll gemein da musst du nächstes mal auch fernkämpfer nehmen und keinen nahkämpfer dann kämpfen wir alle auf die ferne und machen sie platt hast du schon mal einen anderen charakter gespielt nee überhaupt nicht oha doch den ein wenn man sich konzentriert die ganzen zusätzfähigkeiten bekommt also ich habe ein paar mal ausprobiert irgendwie ich habe auch so ein paar mit denen ich gar nicht klarkommen aber die tante finde ich irgendwie extrem gut weil die nah fern rückstoßeffekte hat heilen kann also momentan mein favorite gut dann sind wir durch das war leider nicht erfolgreich aber durch bis zum nächsten mal okay tschau tschüss